Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Upload Plan, oder besser, ich erkläre euch, was ich wann machen möchte. Nur einmal kurz hier zusammengefasst, denn es könnte vielleicht ein bisschen verwirrend sein, an welchem Tag ich denn jetzt was mache, denn ich werde künftig zwei Folgen hochladen pro Tag und einfach nur, wenn es euch interessiert, guckt es euch an, guckt euch die Tabelle an, die ich jetzt gleich hier Schritt für Schritt aufdecken werde für euch, um so einen kleinen Spannungsmoment zu haben, nicht. Naja, egal. Am Montag, Mittwoch und Freitag hatte ich geplant, wie früher auch, Minecraft Together hochzuladen. Also daran hat sich nichts geändert zum letzten Mal. Anstatt nur dienstags und donnerstags Super Meat Boy hochzuladen oder gedöhnt, gibt es jetzt auch samstags Super Meat Boy. Und am Sonntag gibt es, also statt samstags, gibt es jetzt Sonntags Siege of Legends, also das Together von mir plus ein paar Kameraden von mir oder besser, äh, let's, äh, bisschen rumtrollen und scheiße machen, aber keine Mühe gibt zu gewinnen. Ich glaube, das kann man so besser, äh, ja, sagen. Ähm, außerdem starten jetzt, also ab dieser Woche, nächste Woche, sage ich jetzt mal, keine Ahnung, gedöhnt, äh, zwei neue Projekte und zwar, äh, da hatten wir erst einmal Portal 2 am Dienstag und am Donnerstag. Äh, das ist jetzt eigentlich in dem Sinne kein neues Projekt, da bis dann ja schon zwei Parts draußen sind, aber, pff, who cares? Und, ähm, Montag, Mittwoch und Freitag startet ein komplett neues, ähm, Projekt und zwar Xenoblade Chronicles, worauf ich mich schon sehr freue, weil das Spiel macht mir irgendwie Fun. Obwohl, äh, die Kämpfe doch ein bisschen lazy sind, aber lasst euch einfach überraschend. Wird noch besser, 100 pro. Ähm, mal gucken. Ja, das war's eigentlich, ähm, mehr wollte ich jetzt hier großartig nicht sagen. Ja, besondere Anmerkungen, so, ähm, wenn YouTube wie letztens, ähm, nicht so ganz möchte, könnte es auch mal sein, dass ein, äh, eine Folge Super Meatballs zum Beispiel jetzt am Dienstag ausfällt und ich die am Samstag, äh, nachhole, denn Samstag ist so ein bisschen mein Nachholtag, wenn ich irgendwie was hochladen möchte, denn eigentlich möchte ich, wollte ich am Samstag, ähm, erst einmal auch noch Portal 2 in die Runde schicken, jedoch habe ich mir gedacht, das wäre vielleicht so ein bisschen besser und, äh, falls es da nichts nachzuholen gibt, habe ich da am Samstag und Sonntag vielleicht nicht ganz so viel zu tun, obwohl ich da immer noch genug zu tun habe, denn, naja, Leech of Legends, so eine Stunde hochladen, naja. Man kennt, äh, vielleicht so ein bisschen YouTube und das Hochladen und geht übrigens, egal. Ähm, ja, was gibt's dazu noch, äh, sonst zu sagen? Keine Ahnung, ich, mir fällt ja so spontan nix ein, außer, dass wir uns dann eventuell bei den Projekten sehen, wenn ihr die dann gerne sehen würdet. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ach ja, doch, eine Sache, äh, ist noch zu sagen, und zwar, ich habe jetzt mein neues Mikro. Yeah, also kein neues Mikro, sondern neues Headset. Ähm, mir vor kurzem gekauft. Ich hoffe, man, also, man hört noch es daraus. Das habe ich definitiv schon, äh, gemerkt in der Aufnahme von, äh, Leech of Legends, dass es, ähm, erheblich bessere Soundqualität hat zum alten. Vor allem, man hört, ähm, ich muss das Mikro nicht ganz so nah an meinem Mund haben. Und außerdem hat er so ein Flausch-Teil dran, weswegen, ähm, man das Pusten nicht so laut hört wie, äh, früher. Und das finde ich doch extrem, extrem viel besser, auch von der Qualität her. Also freut euch drauf, dass die nächsten Parts, also alle, die ich bislang noch nicht auf Kette aufgenommen habe, also auf Raw-Produktion, dass diese, ähm, dann eine viel besser Soundqualität haben. Außer Minecraft Together erst einmal, denn bei Minecraft Together wird es ziemlich, ziemlich lange dauern, bis wir die aufgenommenen Folgen nachholen werden. Man hat es vielleicht gemerkt bei der Aktualität der Folgen. Das war doch, äh, wirklich sehr, äh, sag ich mal, sehr weit hinten angesiedelt. Und, naja, wir haben, warte mal, wir sind jetzt, äh, bei Folge 12 oder ähnliches beim Hochladen. Und wir haben bis Folge 26 oder ähnliches schon aufgenommen. Also das ist doch schon, könnte dauern, bis ich da den, äh, neuen Ton drinne habe. Und, aber freut euch drauf, wenn auf jeden Fall das neue rauskommt. Und ich hoffe, euch gefällt es natürlich auch mehr. Ja, zu sagen, gibt es jetzt nur noch Folgendes. Ich hoffe, wir sehen uns dann bei den Projekten von mir oder auch mal gerne. Dafür mache ich jetzt gerne Werbung von, ähm, einem sehr guten Let's Play Partner von mir, von einem guten Kumpel. Wenn, ähm, nennt sich In-Game Meistens The Nightmare 77 als Kanalname, äh, The Games Voice 95 oder auch Daniel genannt. Guckt da auch mal vorbei. Wir machen auch, äh, viele Togevers, zum Beispiel Minecraft Together. Aber haben auch noch was geplant. League of Legends ist ja auch gelegentlich mal dabei. Und gedöhnts. Okay, dann, ähm, ja, wie gesagt, bis dahin. Ich kann es ja noch einmal sagen. Und, ja, tschöö.